Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com, mein herzliches Willkommen aus unserer Grazer Redaktion, wo wir heute in eine Glaskugel ein bisschen schauen werden. Wir werden uns fünf Fragen stellen und dann unsere Prognosen dazu abgeben fürs Jahr 2019 und auch ein bisschen darüber hinaus. Wir haben uns fünf Fragen zusammengestellt, ausgesaugt aus unserem Gehirn, die wir denken, die ganz interessant sein könnten, zu denen wir vielleicht auch ein bisschen streiten können. Ich werde einfach gleich damit anfangen, mit einer durchaus provokanten Frage, wird Valentino Rossi in seiner Karriere noch ein MotoGP-Rennen gewinnen? Ich denke schon, ich kann aber nicht sagen, wann das passieren wird, also wir gehen davon aus, dass er auch zwei Saisons hat, 2019, 2020, dann wird wohl Sense sein, gehe ich davon aus, Saisonstart 2020 ist ja schon 41 Jahre, also das ist dann schon ein beträchtliches Alter für einen MotoGP-Piloten, also sagen wir zwei Jahre, wahrscheinlich wird er noch haben. Ich weiß nicht, wann der Sieg kommen wird, also so wie wir jetzt aktuell die Testfahrten bei Yamaha gesehen haben, in Valencia und Cherez, da wirkte Rossi alles andere als zufrieden, hat er eigentlich dieselben Probleme erkannt wie mit dem 2018er Motorrad, also wenn sich da nicht in Sepang und Katar bei den Testfahrten vor Saisonbeginn noch richtig was ändert, sehe ich ihn zu Saisonbeginn 2019 nicht unbedingt siegfähig, vielleicht eher im weiteren Saisonverlauf dann. 2020 kann natürlich wieder alles neu sein, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ungefähr 38 Rennen sind, da glaube ich schon, dass Valentino Rossi noch zumindest eines gewinnt, es kann sich auch ganz schnell wieder drehen und Valentino Rossi kann auch in der Saison wieder fünf Rennen gewinnen, das halte ich auch für möglich, aber so wie ich es im Moment sehe, gehe ich eher davon aus, dass er schon noch Rennen gewinnt, aber nicht mehr genug, um wirklich um einen Titel zu kämpfen. Ich bin mir aktuell nicht mehr sicher, also erstens einmal, ich würde nicht ausschließen, dass er vielleicht schon im nächsten Jahr den Stecker zieht, er hat, sein Vertrag läuft über zwei Jahre, aber wenn Valentino Rossi sagt, ich habe keinen Bock mehr darauf, dann kann Yamaha nichts dagegen machen, mit Sicherheit, weil man hat schon in dieser Saison mehrfach gemerkt, dass es ihm nicht wirklich Spaß macht, er hat auch klare Worte der Kritik immer wieder gefunden für Yamaha, und wie du gesagt hast, die ersten Aussagen jetzt nach den ersten Testfahrten klangen jetzt nicht sonderlich euphorisch, Honda wird jetzt nicht schlechter werden, Ducati wird auch nicht schlechter werden, Suzuki ist jetzt dran, da muss man dann sehen, wie sie nächstes Jahr mit Engine Freeze, je nach KTM hat das Ganze am Schluss noch aufgezeigt, Yamaha war ja schon, ich glaube in Aragon, nur mehr der fünf schnellste herstellt, weil der Aleische Sparga ein super Rennen gefahren ist auf der Aprilia, und also dass da jetzt schon 2019 die große Trendumkehr bei Yamaha kommt, da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, denn dieses ganze europäische Testteam, das man rund um Jonas Volga aufbaut, das kommt erst, Volga ist in Valencia noch mit dem Bike des japanischen Testteams gefahren, das dann danach wieder nach Japan überstellt wurde, er bekommt seine persönliche Test M1 erst im Frühjahr irgendwann, bis das alles angelaufen ist, haben wir Saisonhälfte gegen Saisonende, ergo alles, was du dann noch herausfindest, ist eigentlich für 2020 dann erst relevant und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Rossi einfach den Bock auf den MotoGV ein bisschen verliert, also ich sehe es eher, dass er wenn, was gewinnt, dann 2020, es ist auch so, wie du angesprochen hast, möglich, dass er wieder fünf, sechs Rennen in Folge gewinnt, das glaube ich gar nicht mehr, denn Maverick Vinales ist der grundsätzlich schnellere, glaube ich mittlerweile, aber Vinales wirft viel, viel schneller die Nerven weg, das haben wir mehrfach gesehen, sobald irgendwas bisschen nicht läuft, ist der komplett, da raucht es quasi aus den Ohren raus, auch dieses Zerwürfnis mit dem Crew-Chief jetzt in dieser Saison, also Rossi bleibt da eher ruhig und holt dann doch noch die Ergebnisse, die man holen kann, aber sobald es wieder läuft, glaube ich, und Vinales in diesem Flow drin ist und wenn die Yamaha gut ist, ist sie ziemlich sicher für beide Piloten gut, glaube ich, wenn sie gut ist, ist sie für beide Piloten gut, das glaube ich schon, wenn sie schlecht ist, muss sie nicht unbedingt für beide gleich schlecht sein, deswegen sehe ich eher, wenn Yamaha wieder zum Seriensieger wird, dass dann Vinales derjenige ist, der da mehr gewinnt, aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass wir einen Yamaha-Weltmeister in den nächsten zwei Jahren sehen und auch Siege, also für 2019 schwierig, schwierig noch aktuell. Also, wie gesagt, ich halte es auch für 2019 schwierig, glaube aber, dass irgendwann in den, wie gesagt, 38 Rennen, wenn es ungefähr sein, die da verbleiben noch, dass irgendwann mal alles zusammenpassen wird für Valentino Rossi, dass er dann auch noch ein Rennen gewinnen wird, vielleicht sogar ein paar mehr, zwei, drei, wesentlich mehr, glaube ich, aber auch nicht mehr. Und den 10. WM-Titel fürchte ich für ihn und für alle Valentino Rossi-Fans, den wird es wohl nicht mehr geben. Ja, das ist ein schöner Schlusswort für diese Frage. Kommen wir von einem ehemaligen Überflieger, zum aktuellen Überflieger. Wird Marc Marquez seinen Titel verteidigen? Also sprich, holt er den sechsten Titel im siebten Jahr? Ich lehne mich weiter aus dem Fenster und sage, nein. Ich glaube, dass 2019 das Jahr von Andrea Dovizioso und Ducati wird. Ich denke, dass Andrea Dovizioso und Ducati in diesem Jahr schon über weite Strecken das beste Paket hatten, vor allem in der zweiten Saisonhälfte oder die letzten zwei Saisondrittel vielleicht. Man zu Saisonbeginn aber einfach viel zu viele Punkte weggeworfen hat. Da hat man zu lange gebraucht, um wirklich das aktuelle Motorrad richtig zu verstehen, um zu wissen, was muss man damit machen, was kann es, was kann es nicht. Ich glaube, dass Ducati das 2019 nicht mehr passieren wird. Ich glaube, dass Ducati auch nochmal in der Lage ist, einen ordentlichen Schritt zu machen. Allein schon, wenn man sieht, was an Entwicklungsarbeit bei Ducati jetzt bei den Testfahrten wieder alles passiert ist, was für Konstruktionen sich Gigi Dallino damit ausgedacht hat. Also das ist Flügelchen, Knüppelchen. Also da sieht man alleine an der Ducati gleich viele Innovationen wie an allen anderen Motorrädern zusammen. Also was da an Entwicklungstempo in den letzten Jahren bei Ducati geleistet wird, ist für mich absolut irre. Ich finde, Andrea Davizioso ist stärker als jemals zuvor, ist schnell, ist konstant, kann bei allen Verhältnissen stark sein. Wenn der es schafft, zu Saisonbeginn schon wirklich gut mit Marc Marquez mitzuhalten, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er ihn auch über die ganze Saison fordern kann und auch schlagen kann. Also auch im Sinne einer weiterhin spannenden MotoGP sage ich, der Titel 2019 geht nicht an Marc Marquez, sondern an Andrea Davizioso. Ja, dann habe ich jetzt die einfache Hoffnung, zu sagen, er geht an Marc Marquez. Nein, ich glaube aber auch, dass er es macht. Ducati ja, aber Davizioso und Ducati als Champion, ich weiß nicht so ganz. Marc Marquez, das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, jetzt im Hinblick auf einen Marquez-Titel, ist diese Schulterverletzung. Er hat sich jetzt vor kurzem unter das Messer gelegt, diese linke Schulter, die immer wieder rausgesprungen ist, während Stürzen und so weiter. Hat er sich jetzt operieren lassen, das heißt, die sollte jetzt stabiler sein, aber so eine Schulterverletzung ist eigentlich eine Sache, die sich ganz schön hinziehen kann. Also Andrea Janon hatte das auch eins, das hat ihn auch so eine halbe Saison lang begleitet. Und das muss auch nicht durch eine Operation gleich gelöst sein, die Erfolgsaussichten liegen dann bei weitem nicht bei 100%. Er wird jetzt einmal sechs Wochen gar nichts tun können, dann sind wir schon einmal Mitte Januar, Ende Januar, dann geht es zu den ersten Tests. Es gibt nur noch sechs Testtage im Februar, das hat man ein bisschen zusammengekürzt, dreimal Sepang, gleich Anfang Februar, wo es wahrscheinlich noch schmerzen wird irgendwie. Dann Katar und dann geht schon die Saison los, am 10. März ist der Saisonstart. Das heißt, Marquez hat nicht einmal 100 Tage, bis er das erste Rennen wieder fahren muss. Daher denke ich, dass die Saison offener wird als dieses Jahr, weil er gerade im ersten Saisontritt glaube ich schon noch Probleme haben wird. Es könnte dann natürlich ein Problem werden, wenn wieder was mit der Schulter ist, denn Marquez ist am häufigsten gestützt von allen MotoGP-Fahrern in dem Jahr. Ich glaube, 23 oder 26. Und da kann natürlich schnell mal, er hat ja auch Highspeed-Abflüge immer wieder, es ist ja nicht alles nur so, dass er leicht wegrutscht. Er braucht auch seinen kompletten Körper am Motorrad, um sich immer wieder aufzurichten, diese Saves zu machen. Und wenn da nochmal was ist und dann verlierst du ein oder zwei Rennen, dann glaube ich, ist Obizioso schon so nah dran, dass er einen schlagen kann. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus und deswegen glaube ich, mache die sichere Bank und sage Marquez holt seinen sechsten Titel. Bleiben wir bei Repsol Honda. Gewinnt Jorge Lorenzo auch auf Honda? Klares Ja von mir. Ich glaube, dass Jorge Lorenzo jetzt bei Ducati gezeigt hat, dass er sich eigentlich an jede Art von Motorrad anpassen kann. Seine Yamaha, auf der er drei Weltmeistertitel und unzählige Rennen gewonnen hat, ist eigentlich völlig konträr zu Ducati. Er hat auf beiden Motorränen gewonnen. Mehrfach gewonnen. Mehrfach gewonnen. War mit der Ducati phasenweise wie in Mugello oder Barcelona gleich dominant wie auf der Yamaha ein Rennen mit vielen Sekunden Vorsprung gewonnen. Etwas, das wir eigentlich in der MotoGP aktuell gar nicht mehr sehen, dass es eigentlich nicht mehr gibt. Das war ein extrem beeindruckend Rennen von Jorge Lorenzo. Damit man nicht Bulling, aber auch einen Sieg in der letzten Runde erkämpft. Genau. Auch das kann er. Also einen sehr aggressiven Lorenzo, wie man das in den kleinen Klassen von früher nicht mehr kennt. Und wenn Jorge Lorenzo die Ducati beherrschen kann oder konnte, dann wird er das mit Honda genauso schaffen. Also davon bin ich überzeugt. Die Honda ist ein spitzen Motorrad. Umsonst holt man nicht zwei Saisons hintereinander, alle drei WM-Titel. Und ich bin überzeugt davon, dass sich Jorge Lorenzo auch bei Repsol Honda durchsetzen wird und Marc Marquez fordern können wird. Das erste Jahr habe ich vielleicht noch schwierig für Jorge Lorenzo 2019. Es ist eben Marc Marquez Team. Es dreht sich dort aktuell oder bisher alles um ihn. Auch das Motorrad ist sehr stark in seine Richtung, aus seinem Fahrstil ausgelegt. Jorge Lorenzo fährt anders, ist generell ein anderer Charakter auf dem Motorrad. Da wird es sicher ein paar Anpassungen brauchen. Hat man aber auch bei den Testfahrten schon gesehen. Dass man bei Honda da an Lorenzos Maschine schon am Tank, oder was eben aussieht wie der Tank. Der Tank befindet sich eigentlich woanders gearbeitet hat, wie man es von Ducati schon kennt. Also ich glaube, dass Repsol Honda da auch schon, oder Honda schon begriffen hat, dass man sehr viel für Jorge Lorenzo tun wird müssen. Etwas, was bei Ducati zu Beginn vielleicht etwas unterschätzt hat. Aber ich glaube, dass das Paket Lorenzo und Honda spätestens 2009. 2019 siegfähig sein wird und da auch Siege errungen werden wird. Ja, da will ich nicht widersprechen. Also ich glaube auch, dass Lorenzo schon 2019 ein Rennen gewinnen wird, schneller gut sein wird als auf der Ducati. Weil auch Honda jetzt bei Ducati, wie du richtig gesehen hast, gesehen hat, wenn Lorenzo das bekommt, was er fordert, dann ist es kein Problem. Und für Honda ist das insofern weniger eine Debatte, denn mit Pedrosa und Marquesta haben schon in den letzten Jahren parallel, das sind zwei unterschiedliche Motorräder in der Garage gestanden. Denn Pedrosa aufgrund seiner Größe hatte ein anderes Chassis, Motor ist gleich, aber anderes Chassis und komplett andere Geometrie und so weiter. Und Honda hat auch die Manpower, dass man das locker stemmen kann, diese zwei Fahrer parallel aufzuziehen und eine parallele Entwicklung zu machen. Teilweise haben wir ja Marques bei Tests fünf verschiedene Motorräder fahren sehen. Also das ist diese Honda-Power für so einen Milliardenkonzern natürlich kein Problem im Vergleich zu Ducati, die deutlich kleiner sind. Und daher glaube ich, dass Lorenzo gerade auf seinen Strecken so schon auf jeden Fall 2019 siegfähig ist und vielleicht 2020 dann auch Marques um den Titel schon ein bisschen challengen kann, wenn er da irgendwie drin ist. Wäre eine coole Geschichte. Aber ich glaube, Lorenzo, ja. Ich glaube auch, dass die Ducati Jahre Jorge Lorenzo jetzt bei Honda sehr viel bringen werden. Man muss ja bedenken, Jorge Lorenzo ist von seinem MotoGP-Debüt bis 2016 nur Yamaha gefahren. Er kannte nichts anderes. Er hat sich extrem, hat seine Fahrstil extrem auf dieses eine Motorrad, das sich sehr harmonisch fahren lässt, extrem darauf ausgelegt. Zum Beispiel, er hat nie eine Hinterradbremse verwendet. Absolut nie. Er kommt plötzlich auf Ducati und da ist das Standard. Da muss man damit spielen. Also es war eine riesige Umstellung für ihn. Jetzt weiß Jorge Lorenzo, er kann unterschiedliche Fahrstile anwenden. Er muss nicht diesen Yamaha-Fahrstil, den er hatte, verwenden, was er zu Beginn auch noch ein bisschen in seinem Kopf drinnen war, glaube ich. Also jetzt weiß er auch, okay, ich kann mich eigentlich an alles anpassen. Vielleicht brauche ich eine Zeit, aber ich kann es. Und da wird jetzt auch diese Zweifel, die er selbst zugestanden hat, die er bei Ducati hatte, die wird es, glaube ich, bei Jorge Lorenzo auf Repsol Honda nicht mehr geben. Also eben all diese Sachen denke ich, dass Jorge Lorenzo auf Repsol Honda relativ schnell erfolgreich sein wird. Wird Jonas Folger ein MotoGP-Comeback feiern? Als Stammfahrer, Testfahrer ist er jetzt. Also als Einsatzfahrer. Ich wünsche es mir sehr. Ich denke, dass es hauptsächlich davon abhängen wird, wie er sich bei den Testfahrten, das war ja nur mal ein paar Tage dabei in Valencia, wie er sich dann wirklich schlagen wird bei den nächsten Testfahrten, wo er dann eben schon wieder mehr Fahrer auf dem Motorrad hat, dass er, kann man sagen, eineinhalb Jahre lang überhaupt nicht auf dem Motorrad gesessen, auf einem MotoGP-Motorrad, wenn er da konkurrenzfähig ist, glaube ich schon, dass Jonas Folger wieder Lust hat, MotoGP-Rennen zu fahren. Er ist immer noch jung und ich würde es mir wünschen. Und wie gesagt, ich glaube, wenn die Pace stimmt in den nächsten Tests, wovon ich auch ausgehe, dann glaube ich, wird er wieder MotoGP fahren wollen, MotoGP-Rennen fahren wollen. Also ja, ich glaube und hoffe jetzt, dass wir Jonas Folger 2019 in ein paar Rennen auf der Yamaha sehen würden. Ich hätte vor Valencia gesagt, definitiv nein. Ich muss nach Valencia sagen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, denn ich konnte beim Test länger mit ihm sprechen und er ist wieder komplett offen, also Freude strahlen, fast recht locker, spricht auch ganz offen davon, dass er gerne Wildcard-Einsätze bestreiten würde im Jahr 2019. Ganz sicher ist das noch nicht, weil dieser Testplan noch nicht final steht, aber man merkt, er hat wieder wirklich Bock auf Motorrad-Rennsport und Bock auf die MotoGP. Ob er dann noch auf dem Radar der Teams so drauf ist, das wird die Frage sein. Also einerseits ja, ob er bei den Tests überzeugt. Was ich keinesfalls glaube, ist, dass er direkt ins Yamaha-Werksteam aufsteigen wird, denn ich habe im Social Media schon ein bisschen gesehen, da spekulieren schon viele drauf, ja, wenn los ihr aufhört, drückt folge es einfach nach. Ja, das halte ich fast für ausgeschlossen, denn ich denke eher, dass Rossi, wenn er nicht ein eigenes Team kriegt, bei Yamaha irgendwie bleiben wird und dann eher seine eigenen Junioren, seine V46 Academy Rider nach und nach dann dort hinbekommen wird. Ergo müsste man wahrscheinlich ein Privatteam oder so vielleicht finden, vielleicht auch KTM, weiß ich nicht. Aber wird stark darauf ankommen, wie er sich bei den Testfahrten schlägt, richtig. Und ob er sich dann von sich aus nochmal darauf einlässt, denn es ist schon natürlich was anderes, Bock wieder auf MotoGP zu haben und jetzt diesen Testvertrag zu unterschreiben und auch Wildcard einzubestreiten, als sich dann wieder diesen Stress als MotoGP-Stammfahrer anzutun, weil da musst du einfach jedes Wochenende von Mittwoch schon deine Sponsorentermine erfüllen und Donnerstag deine Medientermine erfüllen und von Freitag bis Sonntag auf der Strecke sein, Montag heimreisen und dann am Dienstag dort noch irgendwo für einen Sponsor einen Auftritt machen und das bei 19 oder 20, 20, wahrscheinlich 20 Rennen, das ist dann schon nochmal eine komplett andere Hausnummer als sieben Testfahrten und drei Wildcard-Einsätze oder so. Und da, glaube ich, überlegt er dann schon nochmal, ob er sich das antut. Aber wie gesagt, ich würde es mittlerweile nicht mehr ausschließen, dass Jonas Folger vielleicht noch ein MotoGP-Comeback als Stammfahrer feiert. Was du gesagt hast, mit dem Stress, den es mitbringt, ein MotoGP-Stammfahrer zu sein, ist sicher richtig. Also Jonas Folger hat ja auch mittlerweile bestätigt, dass er schon so eine Art Depression hatte, eben so ein Burnout-Syndrom, also dass das nicht nur eine körperliche Angelegenheit war, warum er die letzten Rennen 2017 auslassen musste, für die Saison 2018 komplett abgesackt hat. Da spielt natürlich alles mit rein. Es ist unglaublich anstrengend, ein MotoGP-Fahrer zu sein und nicht nur, weil man eben die 18 oder 19 oder 20 Rennwochen jeweils drei Tage auf der Strecke ist, sondern weil eben so viel mehr rum passiert. Die Reisen sind anstrengend, Sponsorentermine sind anstrengend, wir Journalisten sind anstrengend, es spielt alles mit rein. Also das sind Dinge, die man vielleicht als Fans auch nicht mitbekommt, aber die einen Fahrer extrem viel abverlangen. Und ob man sich das eben nochmal antun will, ist die große Frage. Man muss sich nur mal ansehen, wie Marc Marquez in den letzten Monaten herumgereicht wurde. Da gab es in Indonesien Auftritte, weil Honda Indonesia, die dort irgendwie eine Million Roller pro Jahr verkauft, von ihm was haben will, ein Factory-Besuch, die eigene Feier zu Hause in der Heimat, die FIM-Gala, dort eine... Schmierstoffe mischen in der Repsol-Fabrik. Schmierstoffe in der Repsol-Fabrik, dort eine TV-Show in Spanien. Also der hatte erst jetzt Zeit, sich unter das Messer zu legen und kriegt jetzt erst seine Ruhepause. Und natürlich, das ist ein anstrengender Job, der weit übers Rennfahren hinausgeht. Und für das muss man eben erst geboren sein. Klar gibt es Leute, die das gerne machen. Also gerne, will ich gerne, glaube ich, macht es keiner. Aber Leute, die sich damit arrangieren und zumindest versuchen, ihren Spaß an sowas zu finden. Und gibt es Leute, die einfach Rennfahren wollen. Und für die ist das dann halt in der MotoGP wahrscheinlich nicht unbedingt so der richtige Job. hoffen wir, dass sich Jonas Frogger damit arrangieren kann. Also wieder einen deutschen... Wir würden die Daumen drücken. Wir sind große Fans von Jonas Frogger. Absolut. Ja, die letzte Frage. In welchem Team gibt es als erstes interne Probleme? Also wenn ich dir jetzt auf Österreich die Frage stellen darf, in welchem Team scheppert es zuerst? Es gibt ein paar explosive Mischungen, würde ich sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es Aprilia sein wird. Dann hat man mit Alessius Bargerow, der ja schon mehrere Jahre jetzt für Aprilia fährt, hat man sich jetzt Andrea None dazu genommen. Es sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere, würde ich sagen. Haben aber eines gemeinsam, und zwar, dass sie eigentlich ständig auf 180 fahren. Also zwei echte Heißsporne, zwei sehr emotionale Menschen. Und das in Verbindung mit dem Aprilia-Projekt, wo es ja eigentlich ständig irgendwo hakt und ständig irgendwo Probleme gibt, da kommt dann ein gewisser Faktor an Frustration dazu. Also das ist ein hochexplosives Gemisch. Da kann es eigentlich nur knallen, muss man sagen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir bei Aprilia vielleicht schon durch die ersten paar Saison einen ordentlichen Knatsch sehen werden. Ja, ich glaube da, das ist der heißeste Typ auf jeden Fall. Heißler für Alessius Bargerow gemeinsam mit dem Maniac, der ja auch bekanntermaßen mit Kritik nicht hinter dem Berg hält, das ganz gerne öffentlich gleich mal so zu Protokoll gibt, gepaart mit Aprilia. Wo es wieder schwierig wird. Also ich sehe da jetzt nicht, wie man da große Fortschritte machen sollte. Auch wenn man jetzt Romano Albiziano aus seiner Doppelrolle als technischer Technikchef und Teamchef entlastet hat. Aber ich glaube nicht, dass da vom Piaggio-Konzern so viel Unterstützung kommt, dass dieses Aprilia-Projekt so bald, so erfolgreich wird, wie das Esparger und Janone gerne hätten. Denn beide haben ja eigentlich das Potenzial, Podestplätze einzufahren. Janone war auf Ducati-Siegfahrer, hat mehrere Podestplätze in dem Jahr geholt. Alessius Bargerow war schon am MotoGV-Podest noch als Underdog. Sagt auch immer wieder, der Aprilia hätte eigentlich das Potenzial, wenn wir mal alles zusammen bekommen, dass wir den einen oder anderen Podestplatz holen. Dort wollen diese beiden Jungs hin. Das wird ihnen aber von der ganzen Teamstruktur und vom Motorrad selbst ein bisschen verunmöglicht. Ich befürchte, das wird auch 2019 der Fall sein. und da kann es da bald mal richtig krachen. Aber das ist bei Weitem nicht das einzige Team, das ich sehe, wo es ein bisschen emotional explodieren könnte. Also auch die Kombination Marc Marquez. Jorge Lorenzo ist natürlich eine äußerst explosive. Da hat Lorenzo schon die ersten wahren Schüsse, sage ich mal so, im letzten Saisontrail jetzt abgegeben. Aragon, ein klassischer Fall, wo Lorenzo den Highsider ohne Feindeinwirkung eigentlich hatte, wo er danach behauptet hat, das war klar, Markus schuld. Markus hat mich da zu Sturz gebracht, er hat mich geschnitten, er hat meine Rennlinie irgendwie okkupiert und ich musste dann auf den Schmutz rauf und als ich dort aufgezogen habe, war sofort der Highsider da. Das hat schon ein bisschen für Unverständnis gesorgt. Marc Marquez war da meiner Meinung nach von Beginn an gleich auf Deeskalation aus. Da gab es dann einen Telefonanruf zwischen den beiden, aber auf jeden Fall ist das eine Kombination, die explosiv werden kann. Vor allem, wenn Marquez nicht gleich zu Saisonbeginn so überlegen ist. Lorenzo wird am Anfang noch nicht der schnellste sein auf der Honda, aber wenn der vielleicht ein bisschen so den Rückstand halten kann in erträglichen Bahnen, dann kann der auch schon ganz gut diese Psycho-Karte immer wieder spielen. Also er ist ja gestehlt, dass einem jahrelangen Duell mit Valentino Rossi das in diesem Psycho-Trichenspiel der stärkste Gegner ist. Hat jetzt auch gegen Dovizioso die Krallen ausgefahren, wird das glaube ich auch gegen Marquez machen, weil das einfach Part of the Game ist. Ja, da könnte es auch bald mal knallen, glaube ich. Definitiv, also Jorge Lorenzo und Marc Marquez sind zwei absolute Model-Spiel-Alpha-Diere. Für die zählt bei beiden nur eines das ist der Sieg der WM-Titel im Endeffekt, das ist das große Ziel. Und die sind da bereit, dafür alles zu geben, wie du sagst, auch wenn es mal sein muss, dass man den Gegner mal psychologisch einen Tiefschlag versetzt, dann werden die das auch beide sehr gerne machen. Also wie gesagt, wenn beide auf einem Level sind, wenn beide ernsthaft am Siegern-Titel kämpfen, dann glaube ich, ist es fast unvermeidlich, dass es da früher oder später zur Eskalation kommt. Ich sehe noch einen dritten Brandherd, und das ist Yamaha, da aber weniger. Also ich glaube, dass Mary Kunialis und Valentino Rossi sich menschlich sehr gut verstehen, den Eindruck habe ich. Aber es hat sich schon diese Saison, oder eigentlich schon in der Vorsaison abgezeichnet, dass sie sehr oft in unterschiedliche Richtungen entwickeln wollen. Und Yamaha eigentlich immer die Linie verfolgt, nur eine Entwicklungsrichtung zu haben. Und man hat bei Mary Kunialis, finde ich vor allem in den letzten Wochen, immer wieder so zwischen den Zeilen rausgehört, dass sie das ziemlich ärgert. Das war immer so, wenn es mal gut gelaufen ist, hat er gemeint, ja, es ist gut gelaufen, weil Yamaha jetzt endlich mal auf meine Vorschläge reagiert hat. Yamaha wird aber, davon gehe ich aus, nach wie vor sehr, sehr stark auf Valentino Rossi hören, weil sie ihm einfach unglaublich viel zu verdanken haben, weil Valentino Rossi bei Yamaha viel mehr als nur ein Fahrer ist, von seinem Einfluss her. Man muss auch sagen, marketingtechnisch ist ein Sieg von Rossi auch deutlich mehr wert als ein Sieg von Villialis. So ist es. Diese Situation könnte früher oder später, glaube ich, bei Villialis für großen Frust sorgen und dann auch irgendwann mal überkochen und zu einer Eskalation führen, weil Mary Kunialis auch ein Typ ist, der in seinen Emotionen sehr große Ausschläge hat. Er kann völlig deprimiert und völlig down sein, aber er kann auch richtig, richtig aufbrausend, richtig emotional und eben einfach seinen Charakter richtig so zum Ausdruck zu bringen und das, glaube ich, könnte dann ganz schön kritisch werden, weil Valentino Rossi, wie es man auch, der gibt in den Team in der Duell sicher nicht nach. Ja, diese fünf Fragen hätten wir jetzt mal beantwortet. Sollte es weitere Fragen geben von euch, wollt ihr irgendwas wissen, sollen wir irgendwas anderes prognostizieren, dann postet euch eure Fragen oder euch auch eure Kommentare zu unseren Fragen unter dieses Video. Verkürzt uns die Wartezeit auf den Saisonauftakt in Katar mit euren Fragen, denn dann können wir vielleicht ein weiteres Video aufnehmen, wo wir die Userfragen zur MotoGP beantworten. Ansonsten bleibt uns nur euch eine geruhsame Winterpause zu wünschen. Im Februar geht es weiter mit den Tests in Sepang Anfang März mit dem ersten Saisonrennen. Bis dann. Ciao.